Oh, ich freu mich. Das wird geil jetzt. Auf der Zucknestand! Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Fall Guys. Und heute gibt es das erste Mal ein Fall Guys Video, wo ich nicht alleine spiele. Hallo, Tim. Hallo, ja. Ich spiel das jetzt zum ersten Mal in meinem Leben. Ja, das wird sehr lustig jetzt. Jetzt geht's los! Ich spiele tatsächlich auch das erste Mal Duos. Mein Bruder spielt sowieso komplett das erste Mal. Wir haben jetzt die zweite Season. Spielen bedeutet auch, dass mein Punktestand zum Großteil zurückgesetzt wurde. Mein Skin ist Gott sei Dank noch da. Ich würde sagen, wir schwackeln gar nicht lange rum. Wir gehen direkt in die erste Runde. Oh, das habe ich noch nie gespielt. Das geht ja gut los, Alter. Ich kenne das Spiel nicht mal. Das heißt, wir werden jetzt rausfliegen. Let's go! Au! Au! Ich habe dich gesehen, ja. Okay, ja. Ah, ja, ja, das ist sehr intensiv. Nein! Scheiße! Okay, ich bin im Ziel. Was ist das denn? Ich bin im Ziel. Ja, ja. Ja! Wir sind beide im Ziel. Das ist direkt intensiv. Ich mache mein Mikro mal weiter weg, weil ich glaube, ich übersteue ja gerade ein bisschen. Ha! Was für ein Lutscher! Was für ein Hup! Ah, das ist easy. Das ist easy. Das gibt's auch so. Da musst du oben auf die Bildschirme gucken, da werden die Früchte... Oder erst mal werden unter dir die Felder, da werden Früchte angezeigt. Und dann am Ende, nach dem Countdown, werden auf Monitoren die Früchten eine Frucht angezeigt. Das ist ja einfach. Ja, es wird schwieriger. Es gibt drei Runden in dem Game hier. Okay, Rakete, Schuh. Ja, wir sind beide rausgeflogen. Wir sind nicht qualifiziert. Bei mir steht das aber. Hä? Weil andere noch früher ausgeschießen sind. Hä? Hä? Wir sind beide runtergefallen. Ja, Leute, ist nichts passiert. Oh, Sturzball. Das ist Fußball quasi. Mit zwei Bällen. Oh, aber das ist so. Oh, das hatte ich auch noch nicht. Das ist in so einem Feld, wo du höher springen kannst. Und wo du langsamer runterfällst. Oh, Junge, wie hoch schießen die den immer? Jetzt gib mir den ver***ten Ball. Ich hab den doch nicht einmal berührt. Die sind alle nur bei unserem Tor. Mann. Wo ist der Ball? Die schießen die ganze Zeit so hoch. Wie können die so springen? Ja. Suche mit einem Tastendruck auf der Karte nach unsichtbaren Faden. Ja, mit was für einem Tastendruck denn? Die beschreiben wir ja gar nicht. Das ist so ein dummes Drecksgame. Ich verstehe das Game nicht. Au! Ich bin nicht letzter sind. Jetzt hat mich schon wieder so ein Asteroid. Hä? Hä? Oh. Nein! Nein! Hängt der an der Kante. Der war mir unsere Ausraster. Oder? Oh, guck mal, wie scheiße der ist. Hä? Der war nicht ein. Du Idiot. Du warst ein Idiot. Geringst möglich. Warum sind wir jetzt ausgeschieden? Wir sind nicht ausgeschieden. Doch, das stand bei mir. Das stand bei mir. Ja, schön, was da bei dir steht. Da siehst du, wir sind raus. Warum sind wir denn jetzt ausgeschieden? Der Pirat ist viel später reingekommen. Guck mal, und er freut sich noch wie so ein Dulek. Also jetzt macht eure Kopfhörer leiser bitte. Weil jetzt legen wir erst so richtig los. Jetzt wird es emotional, weil wir jetzt schon einmal rausgefogen sind und gleich der Bruch kommt. Da kommt der Frust, weißt du. Ja, der tiefe Bruch kommt dann. Deswegen gehen wir jetzt einfach direkt in die nächste Runde. Let's go! Wettlauf im All. Habe ich auch noch nie gespielt. Ich werde einen Rennstrick und erreiche das Ziel. Ja. Ich hätte gedacht, ich soll in die Hindernisse reinlaufen, weißt du was? Jetzt mach! Du Arsch! Ja, aber das ist was komplett anderes. Oh mein Gott. Das ist ein Hammer. Mit denen habe ich keine guten Erfahrungen. Die bewegen sich! Die Scheiße bewegt sich auch noch! Äh! Der ist doch! Das ist eigentlich ein ganz friedliches Spiel, ne? Äh! Die kommen hier direkt. Nein! Ich habe hinter mir auch so einen Assi, der die ganze Zeit versucht, mich hier wegzudrängeln. Oh Mann! Ja, was? Ein Hupen. F*** den. Los jetzt. Jetzt dreh dich doch nicht! Ah! Nein! Ich wusste auch nicht, wie das ging. Warum dreht der sich? Ah! Mach schon einmal hier. Ey! Ey! Wenn ich wegen dem runterfall. So kleiner. Ey! Warum bewegt der sich denn nochmal? Ich schreie. Jetzt macht er in die andere... Hier ist ein Staubsauger. Ich bin noch nicht mal über die Fahrstühle hinaus, weil die nur Sch*** bringen. Jetzt passt mal. Der Sch*** will ja... Nein! Was macht er? Nein! 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 Wo bin ich denn jetzt? Digga, wir sind jetzt sowas von raus. Du bist ein 31er. Warum schaffe ich diesen Scheissprung den Nil? Nein! Digga, wie weit hinten bin ich in der Sch***? Dreh gleich so durch hier. Jetzt pass auf. Diesen Sprung. Jetzt guck mal, was Selma macht. Er macht ein Salto. Er will das richtig stylisch machen, weißt du? Ja, was ein... Ey! Was ist das? Jetzt werde ich wieder zurückkatapultiert. Ey! Nein! Wieso denn ausgeschieden? Ich bin doch im Ziel... Verf*** doch mal, was ist das für ein Sch***spiel. Raus! 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 Los, mach aus jetzt! So. Nächste Runde. Nächster Bruch. Let's go! Warum hast du eigentlich eine Pizza auf deinem Ärmel? Weil das mies Drip hat. Aua. Verletzt dich nicht am Set. Was soll das? Äh! Zäh! Ja, wenn das so ein... Hä? Wofür bin ich denn jetzt? Ich bin hier in Gelee drin. Oh, jetzt bin ich hier schon wieder. Und ich bin umgefallen. Ruf auf den Weg. Komm, mach hin jetzt. So. Jetzt kommt wieder der tiefe Bruch. Guck mal, der... Der macht mich jedes Mal in diese Scheißlücke. Was ein dämlicher... Hu... So. Ich bin in dem Rohr. Katzen Glocken. Ja, siehst du? Jetzt ist hier sowas hinzugekommen. Äh! Ich bin vom Mars-Bud gefallen. Äh! Der schubst mich weg, der U... Ich weiß überhaupt nicht, wofür. Ey, wenn ich jetzt runterfall... Ey, nein! Ich war fast durch. Alter, bist du. Ich seh dich. Ja, komm, halt's den Mull. Mach die Laser an. Halt's den Mull. Ja! Ja! Ich bin auch drin. Sollen wir weiter? Jawoll! Als nächstes folgt... Partymeile. Kenn ich auch nicht. Mann, was soll das denn? Mal löst nur einmal im Jahr. Aua! Aua! Au! Ah! Oh, come on. Du fettes Arsch... Ey, der fährt ohne mich weg. Der fährt ohne mich weg. Mit seinem scheiß Ding. Mit dem Zirkus-Arsch-Gesicht. Hier, halt dich doch fest. HALT DICH DOCH FEST! Aua! Ja! Ich bin im Ziel. Ja, schön. Hui! Festhalten. Festhalten! Was für... ... ... Geil! Endlich mal ein Spiel, was ich wieder kenne. Wuhuhuhuhu! Ach, komm. Hahaha. Ich hab nicht gesehen. Guck mal. Was dreht jetzt der denn in die andere Richtung? Ja, ruhig auch was sagen. Da ist so ein Arschloch im Dinosaurier-Kostüm. Warte mal ab, bis ich den in die Finger krieg hier. Dann f*** ich den, w***! Junge, schieben 20 Leute und das Ding bewegt sich nicht! Ich f*** dich jetzt. Guck mal. Diese Aufnahme wird alles von uns zerstören. Die Aufnahme zerstört unsere Würde. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst du gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne, aktiviert die Glocke und schaut auf jeden Fall bei Part 2 vorbei, wenn ich wieder mit meinem Bruder spiele. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Cheerio und ciao!